Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich wurde von BMW Bonn eingeladen, bei einem Roadtrip durch Nordrhein-Westfalen mitzumachen. Und es geht hier in dieser wunderschönen Burg in Essen-Kettwig los und deswegen habe ich mich auch extra schick gemacht. Man muss ja auch was hergeben. Und ich zeige euch jetzt gleich die Autos und welches Auto wir haben. Wer mich auf Instagram folgt, der weiß schon, welches Auto es ist. Deswegen würde ich sagen, los geht's! So Freunde, jetzt sind wir auf dem Parkplatz angekommen und ihr seht, hier stehen super viele wunderschöne M-Modelle rum. M4, M5, M2 Competition. Ja, also ich muss sagen, echt wunderschön sich das alles mal ein bisschen reinziehen. Vor allem, ich muss sagen, die Farbe gefällt mir richtig gut. Aber sonst sehen wir hier sehr viele weiße und schwarze Autos. Das hier ist die Route, die wir fahren. Ja, also wir haben hier einen Roadbook bekommen und sitzen jetzt im BMW M5 drin und hört euch das mal an. Der M5 Competition, der steckt die schon gut hier weg. Aber ihr müsst euch den Song mal hören. Die Leute, die haben alle Bock. Pass auf! Hier haben wir jetzt so einen Roadbook bekommen, wie wir fahren. Ja, es gibt verschiedene Spots. Die zeige ich euch auch gleich. Also hier haben wir zum Beispiel Streckenabstück 1. Da fahren wir nach Helmstadt. Junge! Ich hoffe, der Himmel sieht so aus, Leute. Beim BMW M5 ist natürlich sehr, sehr cool, dass wir ein sehr großes Display haben, wo wir alles einstellen können. Wir haben hier ein digitales Tacho. Das hier ist auch alles digital. Ihr seht das schon. Hier können wir Sitzheizung und so weiter auswählen. Man hat auch wirklich einen tollen Reisekomfort. Ihr werdet das noch sehen am Schluss des Videos. Ihr müsst das komplette Video gucken. Es erwartet euch am Schluss des Videos noch was. Das Auto muss ja wieder nach München gebracht werden. Und da nehme ich euch dann mit. Und ja, was toll beim Roadtrip ist, ist das da! Na ja, gut. Ich habe mir überlegt, um euch auch mal ein M4 zu zeigen. Ja, ein Austin Yellow in der auffälligen Farbe. Ich habe bis jetzt nur türkise M-Modelle hier gesehen, aber Austin Yellow ist gar nicht so im Trend. Finde ich ja nicht schade. Und ich habe gesehen, keiner hat sein Auto tiefer gelegt, außer zwei Leute haben das gemacht. Sonst sind alle Fahrzeuge in der Höhe, dass du da wirklich eine LKW reinpacken kannst, ne? Na ja, wir müssen jetzt Richtung Bonn zum Drachenfels fahren wir jetzt. Das ist bei Königswinter. Hinter Bonn oder Vorbonn? Hier fährt ein Japaner mit? So, ab zum Drachenfels, Leute. Bei dem wunderschönen Wetter. Es regnet. Yep! Geil! Und es gibt nachher noch was für uns. Sie haben für uns noch was vorbereitet. Ich sage nur, lecker, lecker, yummy, yummy. So, Leute. Ihr wundert euch sicherlich. Moment, warum steht der BMW M4 denn jetzt hier? Und warum habe ich was anderes an? Das Geile ist, während unserer Route konnte ich kurz nach Hause fahren, um mir was Bequemes anziehen. Und zweitens ist es so, ich habe mir gedacht, ich bringe ein bisschen Farbe ins Spiel. Den M5, den seht ihr gleich noch, denn mit dem fahren wir natürlich auch noch ein Ründchen. Also ist so ein bisschen ein M4 und ein M5-Video. Ist ja toll. Und mein M4 kennt ihr ja sicherlich schon. Und guckt euch das mal an. Ja, die ganzen Modelle hier. Mir ist auch gefallen, die einzige gewagte Farbe, die ich bis jetzt gesehen habe, ist Türkis bei einem BMW M4. Sonst seht ihr, wenn ihr mal hochguckt, Silber viel. So, also ein bisschen mehr Mut zur Farbe, liebe Freunde. Ja, welche Farbe hättet ihr denn im M4 denn lackiert? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und seid ihr auch so jemand, der sagt, ja, ich finde es cool eigentlich, wenn Autos so eine auffällige Farbe haben. Oder seid ihr jemand, der sagt, nee, schwarz, matt, schwarz, weiß, das sind meine Farben. Hauts in die Comments. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu einem Schloss, Leute. Und da ist auch der letzte Punkt bei dieser Reise. Und bei diesem Schloss erwartet uns noch etwas Tolles. Ein ganz besonderes Auto, was wir heute angucken dürfen. So eine Art Premiere. Außerdem gibt es was Leckeres zu essen. Da freue ich mich besonders drauf. Deswegen, los geht's. Bis zum nächsten Mal. Jetzt geht es los. Ja, wir fahren jetzt von einem Schloss. Guckt euch diesen Anblick mal an. Und die Fahrt beginnt, ja, die brettern jetzt alle los. Und dieser Sound hier. Ja, auch noch ein wunderschöner M2 hier. Und manche haben sogar Performance-Parts. Aber das zeige ich euch gleich noch. Und wir schließen uns der Sache jetzt mal an. Freunde, wir sind beim Schloss Miel. Ne? So sieht das Schloss Miel aus, Leute. Das ist eigentlich ein Golfplatz hier. Und das krasse ist, wir haben uns jetzt alle Autos so hingestellt, dass wir in einer Formation stehen. Und wenn ich jetzt eine Drohne hätte, würde das super toll aussehen. Meine Drohne, die blinkt aber die ganze Zeit gelb. Ich hoffe, dass sie gleich noch funktioniert. Schaut mal. Hier stehen Autos. Da stehen Autos. Da stehen Autos. Hier stehen Autos. Kommst du noch mit, Alex? Überall Autos. Ja, und für BMW-Fans ein absoluter Traumtag. Aber ich habe gerade was gesehen. Und ich muss euch sagen, das muss ich euch unbedingt gleich zeigen. Ich hoffe, man kommt da hin. Es ist in diese Richtung. Ich zeige jetzt nicht das, was es ist. Ich glaube aber nicht, dass man da hinkommt. Naja, wir gehen jetzt mal rein. Denn es gibt lecker Barbecue. Und ich versuche noch gleich ein paar Aufnahmen zu zeigen von den ganzen Autos. Auf jeden Fall ein richtig schöner Tag. Vielen Dank an BMW für die Einladung. Also muss man echt sagen. Und auf Instagram könnt ihr auch noch ein paar Eindrücke holen. Instagram-Kanal macht for you AP, Leute. Checkt's ab. Findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. So, wir sitzen jetzt im BMW M8, Leute. Und da warte ich ja immer noch drauf, dass ich dann bald mal Probe fahren kann. Ihr wisst es ja. Und das Coole ist, dieses Auto ist noch nicht auf dem Markt. Und hat nur elf Kilometer bis jetzt gelaufen. Also ist noch nicht eingefahren. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wann es denn soweit ist. Und da kriegt ihr bestimmt bald auch ein Video. Jetzt stehen wir vor dem Schloss, liebe Leute. Und ihr hört schon im Hintergrund, da wird's gescheppert. Da wird gescheppert, ja. Wir haben hier noch einen wunderschönen M4. Dann haben wir hier drüben den X4M, Leute. Guckt euch das mal an. Also auch ein SUV, ziemlich aggressiv. Und der X6, worauf ich mich sehr freue, der ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen, ne? Hier, ich hab es. Auf jeden Fall ein sehr schickes Fahrzeug. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich muss sagen, auch diese Farbe hier gefällt mir sehr gut vom M2 Competition. Und ich glaube, das ist das lauteste Auto von allen, was hier mitgefahren ist. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wir waren um die 10, 15 Autos, die in einem Konvoi oder eher weniger Konvoi durch verschiedene Spots gefahren sind. Und dann sind wir letztendlich hier gelandet. Und war ein sehr, sehr cooler Tag auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon viele Farben gesehen bei Autos. Aber guckt euch dieses Grün mal an. Ist mir noch nie aufgefallen. Das ist ein M5 Competition. Und das sieht unfassbar geil aus. Aber an den Besitzern einen kleinen Tipp. Bisschen tiefer, der Bock. Dann sieht es noch ein bisschen besser aus. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zu diesem wunderschönen Fahrzeug. Viele fragen mich ja immer, Dennis, hast du auch einen Tipp für mich als junger Mensch, welches Auto ich mir auch leisten kann. Und das ist ein M2 Competition. Ja, also wirklich erst mal die Farbe finde ich unfassbar geil. Müsst ihr mal in meine Kommentare schreiben. Wie findet ihr die Farbe? Was mir beim M2 gut gefällt, ist hier die Front. Seht ihr mit den Zacken? Das sieht richtig cool aus. Und ist für mich immer so der kleine Bruder vom M4. Ja, oder die kleine Schwester. Ist ein sehr kompaktes Fahrzeug und liegt sehr gut in der Kurve. Ich habe von vielen Leuten heute gehört, sie mögen das Auto. Insbesondere, weil es so für Go-Kart-Fahrer sehr, sehr cool ist. Aufgrund der Tatsache, dass man ja so ein kompaktes, kleines, wendiges Auto hat und damit wunderbar driften kann. Aber die klassische Farbe ist eigentlich die hier. Und ihr seht dieses Blau. Wobei, es gibt es noch ein bisschen heller. Sehen wir im Gegensatz zu ihm, das ist ja das Competition-Modell, dass wir hier noch einen silbernen Rahmen drum haben. Eine Sache beim M2 erwähnen. Was mir beim M2 nicht so gut gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde immer, das Heck ist zu kompakt. Mir fehlt da noch was. Ich würde es schöner finden, wenn da noch ein kleiner Teil dran wäre. Vielleicht kann die Alex mal kurz zur Seite kommen, dann kann man das sehen. Also seht ihr, es ist so abgeschnitten. Aber dafür gefällt mir das Lichtdesign in der Rückleuchte sehr, sehr gut. Und ich bin ja sowieso ein Freund vom M4. Und ich würde euch allen raten, wenn ihr euch für BMW interessiert, dann einen Blick auf den M2 zu werfen. Weil das ist ein Auto, was man sich auch gönnen kann. Man kann das sich ja finanzieren oder leasen oder whatever. Und das ist nicht mehr so teuer. Und macht einfach unfassbar viel Spaß. Und wer sagt, wer quer fahren will, fährst du quer, siehst du mehr. Ein weiteres Fahrzeug, was wir hier sehen, ist ein M6. Das Auto ist schon ein bisschen was älter. Da gibt es keine neuen Konzepte oder so, was ich bis jetzt gelesen habe. Also vielleicht wird das Auto ja gar nicht weiterentwickelt. Vielleicht wisst ihr da was. Dann könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Aber was ich beim M6 schön finde, ist das Heck. Das gucken wir uns gleich an. Nur ich finde, der M6 ist mir ein bisschen zu rundlich. Ich mag lieber diese eckigen, brutalen Formen, diese Zacken, diese Konturen bei Autos. Und das hat der M6, ja, eine aggressive Motorhaube auf jeden Fall. Aber die Lichter und so weiter sind mir doch ein bisschen zu freundlich gestaltet, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich finde, ein Auto hat ja immer einen Blick. Und wenn du in den Rückspiegel guckst und dann kommt ein M6 angefahren, dann denke ich mir, Ja, okay, wenn daneben ein M4 oder ein M5 oder ein M2 fährt, denke ich mir, okay, für den mache ich Platz. Wisst ihr, ich komme. Das Heck vom M6 finde ich zum Beispiel sehr cool. Sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus und ist ein bisschen länger gezogen. Wir haben hier einen angebauten kleinen Spoiler noch oben drauf, so eine Abrisskante. Auf jeden Fall ein sehr cooler Wagen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, Leute, was ist euer Lieblings-BMW-Modell? Ja, also meins, M4 und M8. Da durfte ich gerade übrigens trennsetzen. Das erste Mal in einem M8-Competition, Leute. Ihr könnt gar nicht glauben, was das mir bedeutet. Ist für viele nur ein Auto, aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Schwupsiwups, Leute, geht es schon wieder zurück nach München. Denn ich bringe den M5 wieder nach Hause, ja, zur BMW M. 625 PS, 3,3 Sekunden von 0 auf 100. Echt krass, aber man muss dazu sagen, was ich bei dem Auto auch sehr, sehr nice finde, ist, du hast hier die Möglichkeit einmal Allrad zu fahren, aber auch per Heckantrieb. Kannst du alles selber einstellen. Also ziemlich geil. Es gibt noch ein kleines Problem und das muss ich euch mal zeigen. Ich habe gestern, bin ich über die Autobahn gefahren und dann ist das hier passiert. Ja, das habt ihr wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen. Einen Steinschlag voll in die Scheibe rein. Ich hoffe, das gibt jetzt nicht allzu viele Kursprobleme. Was man auch noch sagen kann ganz gut zum Fahrzeug, ist schwarz-matt. Ja, und wir haben hier rote Bremszettel. Ja, seht ihr? Also die gibt es auch sehr selten bei BMW. Die sind eigentlich mal golden oder blau. Also sehr, sehr cool. Und was auch bei dem Modell ganz nice ist, zeige ich euch mal. Hinten, guck mal, dieses wunderschöne M5-Logo. Ja, sehr cool. So, ich habe jetzt noch 350 Kilometer vor mir. Ich muss die ganze Zeit 120 fahren wegen der Scheibe. Ja, und ich hoffe, ich komme gut an. Nach fünf Stunden endlich in Garching angekommen. Jetzt wird das Auto gegeben und dann bin ich schon fertig. Dann geht es ab zum Flughafen, Leute. Da sind wir, Leute. Guck mal, was da steht. Ein M4 CS. Ja, das war die Reise. Jetzt geht es zurück zum Flughafen und dann mal schauen, ob der Flug gut wird. Bis sie am Flughafen will zurückfliegen. Erstmal darf ich eine Stunde vorher fliegen, zwei Stunden vorher. Dann steht dieses wunderschöne Baby hier am Münchner Flughafen. Aber dazu kriegt ihr bald noch ein Video. Das ist der 745. Ja, seht ihr. Der 750 Li steht ja bei mir zu Hause. Ich bin jetzt erst mal zum Terminal. So, zu Hause im wunderschönen Köller, Leute. Das war es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Vlog. Endlich zu Hause nach einer langen, langen Fahrt. Haut rein, Leute. Und macht es gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Dolmchen da. Und danke nochmal an BMW für diese tolle Möglichkeit.